Notsituation Also einmal mit dem Schwertschutz und die sind weg Ja, das ist geil, ne? Und man schlägt auch weiter weg, anscheinend Ninja Ich hab mich da gerettet, ich kann mich da retten Ja, mit Leertass, ne? Fuck, weg Okay, mit einem Treffer, das müssen wir bestimmt noch öfter machen Was? Hier mit einem Treffer Ja, ne, da gibt's auch ein Achievement, glaub ich Ja, deswegen, deswegen, ja Ja, aber das hab ich schon voll oft Wenn man einen Headshot macht, machst du das Ja, aber mit dem Schwert geht's am einfachsten Ja, es gibt halt auch welche, die mit dem Schwert nicht wohnen, hättest Wo müssen wir denn jetzt hin? Ich hab gar keine Quest und so Keine Ahnung, ich geh jetzt einfach hier aufs Motorrad und, äh Ah, wir seid hier die Klone, wir müssen uns nächste anwenden, irgendwie Irgendwas hast du jetzt grade angenommen, oder? Ja, äh, die nächste Nebenquest Teil von der Mission Die seitige, die Klone Achso, wir müssen hier irgendwen töten, oder was? Ja, Klone, aber ich hab keine Ahnung, wen Keine Ahnung, ich schütze einfach alles, was mir in die Quere kommt Da sind ja überall so rote, äh Ja, da, da müssen wir hin Ort des Pings, tausend Meter entfernt Es ist zu viel für mich, um eine Reade zu bekommen Ich... 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 Du kannst fliegen? Was? Du musst mich in die Luft werfen Was ein Scheiß Hey, hier sind die Punkte anders, hier sind die rosa Siehst du das? Ja Also, irgendwie... Nicht gegnermäßig, sondern so halbgegner, oder so So was haben wir da gerne Ja, ganz komisch auf dem Fall Ja, ganz komisch auf dem Fall Wie du solltest? This would be so much easier, if I could throw myself Throw me higher Higher Was? Wie soll ich denn in die Luft? Ach, mit Telekinese Piuuuu Du musst denn mit... Fast Fast Hat er gesagt Hast du jetzt? Ja, ich hab ihn hochgeschmissen mit Telekinese Aber er hat gemeint fast Aber er hat nicht gereicht Eine Frau Haha Ich bin der Entflüge meines Lebens Alles fast da Ach kack, ich hab Heilung nicht drin Ah, ich muss mal ganz kurz hier Da hat das Heilung Ja, nimm dir einen Gegner und halt dich eben hoch Ja, ich hab keine Ahnung wo gerade Gegner sind Da waren ganz viele um uns herum Ja Ja Ich lock jetzt aber einfach mit Throw me into the air again Will you please throw me into the air? Was ist denn der? One moment Da, der Grüne über dir, Alter Ich hab ihn in die Luft geschmissen Ich hab ihn in die Luft geschmissen Ich hab ihn in die Luft geschmissen Bin ich hoch genug gewesen Du musst halt einfach den Q drücken und dann nach oben und dann auch wieder Q Hab ich ja, aber ich hab wahrscheinlich... Ich werd ja auch die ganze Zeit eingegrafen Ah, ich bin hier gar nicht bei dem Ja, er ist jetzt mittlerweile wieder am nächsten Weil ich ihn ja hoch geschmissen hab Mensch DJ Haha, ich achte aufs nächste Mal Yeah, übers Wasser rennen Oh, übers Wasser dran vorbei gerannt Ja Yeah, auf Räume hochlaufen Ja Hast du den Spiel wieder aufgeschmissen? Nö Hier ist irgendwie noch nix Achso, aufs Dach müssen wir da, okay, oder was? Nee Ah, wir müssen hier oben drauf Ja Jetzt seh ich's, über uns ist so ein komisches Dinge da Da müssen wir hin Hier ist der nächste Relay Mach halt die kaputt, wo ich dran stehe So, alle da Oder? Doch, die sind doch auch kaputt Wer kalt mich denn da noch an? Ja Okay Und jetzt? Ah, zum nächsten Okay Da unten BOOOOM Nein 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 Wir müssen ihn jetzt verteidigen Ich hab keine Ahnung wo er ist Da oben, oder was? Oben, in dem, äh, viereck Da drinnen, da Da Alter Wie viel Schiss du bist mit dem Scheiß selber auch Da, schieß ihn ab Du hältst die feste und ich schieß, oder was? Zum Beispiel Ja So, fertig Alle? Ja, eigentlich schon Gut, da fliegt weiter Shotgun ist auch relativ stark Einschuss braucht Ah, das letzte Was ist da? Ich brauch kein Glück, ich bin Charuman Genau Wo ist er denn? Oh, da. Wtf? Was ist das denn? Keine Ahnung! Marauder! 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 Wo ist der? Ich hätte gesagt, kaputt nach zwei Raketenschiffen. Ey, obacht! Ja, so geht's auch. Und Wrestling! Alter. Sicher. So, kaputt. Ja komm, sag einfach wo. Alter. Hast du mich gerade mit dem Baseballschläger angegriffen und löst den? Abschuldigung. Wir reisen ja durch die ganze Stadt wegen der Scheißgräße. Ja. Definitiv. Oh. Krieg ich jetzt das Portal? Ne. Äh, wir müssen jetzt nehmen und da reinschauen. Habe ich schon vier, fünf Stück gemacht. Äh. Ja. Den Retro-Klon bewegen. Was ist denn der? Da. Ja. Ich kann den nicht mehr schaffen. Ja, der ist wieder unverwandbar, glaube ich. Ja. Nee, der heilt sich hoch. Irgendwas. Nee, der kriegt einfach nur keinen Schaden. Ab und zu. Jetzt springt er weg. Da. Na? Da hinten aber. Hä? Oh, ich hab den falschen. So rein? Ja, wahrscheinlich wieder in so ein komisches Loch. Oh. Äh, dahinten. Da wo das Blaue ist. Wahrscheinlich. Ich kann den gar nicht so weit tragen. Ja, dann leh ihn halt ab und dann lehn mich ihn weiter. Hast du? Ach man. Spring rüber. Hier ist er jetzt irgendwo. So. Oh, jetzt bin ich in einem Schilddingen hier. Oh, nee. Nochmal zwei. Ach. Also. Lässt doch jetzt echt nur einen langen Tier rein. So, der eine ist tot. Ich kann nicht. Den fack ich auch direkt und schmeißen da rein. Alter, what the fuck. Wo ist der? Dahinten. So, einen hab ich weg. Hast du den? Den anderen hast du, oder? Was? Der rot umrandete auf der Map. Der wird mir angezeigt, dass... Da. Nee. Ich hab mich da gerade von dem entfernt. Ja. So, hab ihn. Ah, das ist die falsche. Shit. Ich hab jetzt eine von meinen genommen. So. Hier fangen 40 von 100. Alter. Alter. Äh. Wenn die Quest vorbei ist, dann... später. Ja, das mach ich irgendwann mal. Privat die ganzen Rest liegen in der Folge. Dick. Jetzt? Ah, okay. 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 Ein gelber. Na, wo ist er? Da unten. Wo ist er denn? Da unten. Da ist er. Kannst du... Da unten. Ich nehm den Cut-Dash-Gun. Geht schneller. Hast du? Ja. Der war verhältnismäßig gleich als die roten. Fand ich jetzt. Ja, fand ich auch. Buff ist freigeschaltet. Wir haben Buff. Yeah, wir haben Buff. Neufähigkeit. Oh, erstmal die Quest. Ja, jetzt wird sie uns beigetragen. Okay. Was? Brennende Kugeln. Alter. Feuer, Buff. Ah. L4 oder was? Ja. Was wollen wir jetzt denn mal so machen? Fangen ganz gut an. Das ist cool. Ey. Ey. So Junge. Hä? Hast du Elektrik geschaut oder was? Hä? Du hast grad mich abgeschossen, aber ich hab nicht angefangen zu brennen. Ach, jetzt müssen wir den Boxen. Ach so, einfach durchbrennen. Ja, auf ihn schießen wir auch nicht schlecht. Alter, what da? Ich glaube, das ist sogar jetzt noch besser mit dem... Ja, das ist ja total immer, weil der kriegt das Schild direkt weg und man macht direkt Schaden und so. Alter, Waffe wäre richtig krank für die Wächter. So, Level 48. Ja. Deinen Körper und deine Waffen mit Energie aufladen. F4 um schnell den Buff zu wechseln. Buff Element Feuer. Oh, da gibt's bestimmt was mehr. Und das Gateway. Arcane Island haben wir ja. Das letzte Gateway. Das letzte Gateway. So. Wir regnen mit der Vergangenheit. Alles für ihn gemacht, glaube ich. Für Ben King. Ich guck mal ganz kurz. Nee. Ich schaffe Klon. Das ist einfach nur... Warum hab ich denn... Das nicht. Ja, okay. Das mach ich irgendwann mal. Neue Aufgabe. Ghostwriting. Ah, der hat noch nix best. Okay. Triff dich mit Ben auf dem Schiff. So, was machen wir? Oh, nee. Moment. Ganz viele neue Upgrades gekriegt. Ja. Bargeld hier noch. Alter. Geil. Upgrades. Schaden. Feuer 3. Nehm ich. Auch wenn's viel kostet. Sprengwaffen. 3. Nicht genug Geld. Alter. Das kostet doch viel. Nach Sprengwaffen 3. Das wär auch nicht schlecht. So. Buff aufladen. Bei Kräfte. Buff. Elemente. Feuer. Explosionen haben wir bisher. Feuer und Explosionen. Feinde die zu nah kommen werden zu menschlichen Zeitbomben und deine Schüsse bekommen Sprengkraft. Alter. Blitz und Eis. Blitz und Eis. Das müssen wir noch lernen irgendwie. Begleiter im Umfeld schießen eventuell mit Blitz Munition. Eis Munition. Das ist so krank, ne? 5 neue Sachen. 5 neue Sachen. Wo sind die denn? Ach wahrscheinlich bei Buff. Äh. Wenn ich auf Upgrades geh. Ja. Buff aufladen hol ich mir. Buff aufladen 2 hol ich mir. Buff aufladen 3 hol ich mir. Wenn ich mir was nicht mehr kaufen soll, dann hätte man ein kleines Problem. Da kann man sich nicht alles machen. Weil ich hab ja alle. Ich hab alle. Ja ne. Wenn man insgesamt nicht genug hätte, um alles kaufen zu können. Oh, ich hatte. Ich hatte genug. Ja. Für das hab ich jetzt auch genug. Ich hab jetzt noch 330. Ja, so viel hab ich jetzt nicht. So. Wo hast du denn die Elemente? Was? Du gehst auf Buff? Und dann Elemente. Ja, ja. Ja, aber du... Ich hab Feuer und Explosion. Explosion hab ich nicht. Nur Feuer. Dann hab ich das durch irgendeine Goldmedaille bekommen. Und hab's nur noch nicht mitbekommen. Warte mal, ich geh mal kurz, äh... Herausforderung, hast du wie viele gemacht? Moment, ich hab grad Bargeld abgeholt. Ja, das hab ich vorhin schon geholt. Hier irgend so ein, äh... Ja, du hast so und so viele Goldmedaille oder irgendwas. Äh... Herausforderung, meinst du? Ja. 23 von 63 erledigt. Äh... Hä, sind 65? Bitte? Sind 65. Nee, hier steht bei mir 63. So toll. Äh... 37 von 65 hab ich. Ähm... Ja, also ich hab Goldmedaille im Chaoslauf. Das bringt Goldwaffenkostüme. Das ist egal. Äh... Goldmedaille im Genki. Wann mal, ich guck mal, wo ich was find. Hier zum Beispiel Silbermedaille im Chaoslauf. Das bringt halt, äh... Schaden. Feuer 4 zum Beispiel. Also, mehrhöhte Feuerschaden. Ähm... Begleiter. Buff. Passiv. Aggressiv. Aggressiv. Das müssen wir noch machen, auf jeden Fall. Goldmedaille im Superkräfte-Fightclub. Da kriegen wir dann, äh... Passiv-Aggressiv. Keine Ahnung, was das macht. Aber... Ja. Ja, können wir ja gucken. Ähm... Das hab ich alles schon... Tod von oben. Das haben wir noch nicht mal. Ähm... Na, haben wir hier noch irgendwas? Telekinese-Fänge. Habe ich noch 0 von 5. Lolololololol. Alter, das sind grad keine Belohnungen mehr. Was ist denn das für ein Scheiß? Ich hab gedacht, da kommt noch irgendwo was. Ah, da. Ne, das ist wieder ganz oben. Hä? Woher hab ich denn dann, äh... Den Buff? Versteh ich nicht. Irgendwer hab ich den. Komm mal, wenn ich... Hm... Wie kann man das denn gucken? Aktivitäten... Ziele... Aktivitäten... Sollen wir ein paar Goldmedaille machen oder Quests? Oder hast du überhaupt noch Bock? Äh... Wo haben wir's denn? 13 Uhr. Genau. Äh... Da muss ich... Da muss ich jetzt aufhören. Okay. Ich muss vielleicht... Wohin? Kein Thema. Aber äh... Heute Abend oder so können wir nochmal, wenn du wusst hast, dann... Jo. Äh... Ich seh grad auch, die nächsten 3 Sammelobjekte sind bei mir erschienen. Also von den... Ich dachte, du hast alle aufgenommen. Wir fehlen 33 Stück. Und das sind, äh... 11 mal 3... Äh... Audio-Rekorder, glaub ich. Oder irgendwie sowas. Und je nachdem, welche Quest wir halt haben, erscheinen die neuen dann. Achso, okay. Ja, gut. Jo. Dann war's das für die Aufnahmesession wieder. Mal schauen, wie lang mir das reicht und wie lang DJ braucht, bis wir wieder aufnehmen. Ob das heute Abend ist, weiß ich nicht. Weil ich hab auch keine Ahnung, ob ich heute Abend kann. Weil vielleicht spielst du ja Minecraft. Was denn die Genies spielt. Nein. Nein, heute Abend bist du so. Pazzoom! Es musste noch sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.